ja hallo leute hier wieder mit let's play enslaved und more info das wollte ich euch noch kurz zeigen was die zwei da im gebüsch so treiben hört gut zu ja kommt das gut ja also was denkt ihr haben die da getrieben also ich denke da ja gar nicht falsch aber trip schaut nicht sehr begeistert aus naja vielleicht ist er auch nur ein muskelmann also bis gleich ja und weiter geht es wir haben gesagt es gibt immer mehrere wege zum ziel und jetzt probieren wir einen anderen aus ok wir werden da einfach außen rundherum gehen das ist was wir schwächer vorsicht geh zu dem der links und nehm seine waffe ok voll geladen Jawoll! Und... Leute, habt ihr gesehen? Es gibt auch noch elegantere Lösungen. Okay, Trippi, das mache ich gleich. Vielleicht fällt mir in diesem Video noch mehr ein. Wir sehen uns gleich. Bis dann, euer Toso.